Warum sind die Kultauswanderer Conny und Manu Reimann eigentlich in die USA ausgewandert? Diese Frage stellen sich viele Fans, die das Paar jetzt auf seinem YouTube-Kanal ReimannsLive beantwortet. Auch wenn die beiden schon lange Auswanderungspläne hegen, so gibt erst ein Freund der zwei, der selbst in Texas lebt, den finalen Anstoß, Deutschland zu verlassen. Dieser lädt den Handwerker und seine Ehefrau für ein langes Wochenende zu sich nach Texas ein. Nach wenigen Tagen steht für Conny und Manu fest, hier wollen auch sie sich ein neues Leben aufbauen. Im Jahr 2006 packt das Paar seine Koffer und erfüllt sich mit Conny Island mit mehreren Ferienhäusern in der Stadt Gainesville einen Lebenstraum. Inzwischen leben die Reimanns seit mehreren Jahren auf Hawaii. Auch diese Entscheidung fällen die Goodbye-Deutschland-Auswanderer ziemlich kurz entschlossen. Nach dem ersten Urlaub im zentralpazifischen Paradies wollen Conny und Manu auf der Insel bleiben. Das Ganze ist mittlerweile vier Jahre her. Seitdem muss das Paar aufpassen, wo es Urlaub macht, witzeln die Auswanderer im Interview.